Von Wurstern geht eine Kraft aus. Die Kraft Gottes zum Leben im Angesicht des Todes. Die Bibel hat viele Bilder für diese Kraft, zum Beispiel das Bild vom Weizenkorn. Wenn das Weizenkorn nicht in die Erde fällt und erstirbt, bleibt es allein. Wenn es aber erstirbt, bringt es viel Frucht. Die Theologin Dorothee Sölle hat einmal gesagt, Jesus war der glücklichste Mensch, der je gelebt hat, weil er sich hingeben konnte. Hingeben wie dieses Weizenkorn, das in die Erde fällt. Jesus war ganz für die Menschen da. Er hat sich den Menschen geschenkt. Gottes Kraft hat ihn getragen. Sein Sterben ist wie sein Leben. Jesus geht seinen Weg nicht für sich, sondern mit Gott für die Menschen. Ostern ist die Kraft Gottes zum Leben im Angesicht des Todes. Ich wünsche Ihnen diese Kraft. Das Weizenkorn ist klein und unscheinbar, aber es steckt voller Kraft und voller Leben. Ich wünsche Ihnen frohe Ostern. Ich wünsche Ihnen die Kraft.